Erste Rinnige Tour des Weiss, also wir müssen sicher früher immer schauen. Als Kind, meine Eltern haben mich immer mitgenommen. Der Tross, der vorausgefahren ist, war immer eines der Beste früher. Da kann ich E-Metaller-Käse oder solche Sachen bekommen. Dieses Jahr geht es direkt von meinen Haustüren los, also mit dem Zeitfahren. Das ist ein grosses Ziel von mir. Das ist rot angestrichen, schon seit einer Weile. Das ist einfach das grosse Ziel. Auch das Ziel dieser Saison. Es bedeutet vielmals zuhause, das Rennen zu fahren zu können. Auch mit den anderen Fahrern über das Land zu sprechen. Es geht ja immer ums Land. Das ist sicher eine spannende Erfahrung. Ich freue mich sehr darauf.